Ja, ist wirklich wahr. Jenny, das kann doch nicht wahr sein. Wir nehmen einen kleinen Teaser auf, und zwar den vor Folge 298. Und wir führen 20 Sekunden Vorgespräch. Und es geht schon los mit den ganzen Problemas. Drei Pferde, dreimal so viele Probleme. Drei Pferde, dreimal Probleme. Und also drei Pferde, warte mal, dreimal vier, zwölf Beine. Und alle weiß. Und alle sind weiß, und das ist nicht unproblematisch. Also unten sind alle weiß. Selbst die vom Klecks. Der hat auch vier weiße Söckchen an. Der Benni hat vier weiße. Der vorne hat der, wie heißen die? Ovenies? Ovenies. Ovenies. Und hinten hat er Stiefeletten. Okay. Warum das so problematisch ist und warum das Problemas aufwirft, in dieser kleinen Minifolge, nachdem die künstliche Intelligenz uns eingeschallert hat, Manni, unser Orchestermusiker für die Pferde-Podcast-Hymne, der hat ja unter der Woche immer frei. Und Jenny, wir waren wieder auf der schönsten Party des Jahres bei der lieben Mareike, wo wir jedes Jahr sind im Oktober, weil sie Geburtstag hat. Genau. Und da müssen wir auch nochmal Daumen drücken, ne? Wieso müssen wir Daumen drücken? Wegen des Reitabzeichens am Samstag. Das müssen wir auch noch machen. Wir fiebern total mit und alle drücken die Daumen. Mit der lieben Annalena. Genau. Wir fiebern alle mit und drücken die Daumen, weil sie macht das... Hallo, ich bin Annalena, sagt sie. Das war sehr witzig. Ja, sie war ein bisschen verstrahlt, wo man sich fragte, ist schon Alkohol im Spiel, wo sie gerade erst kommt? Sie hat sich vorgestellt, ernsthaft. Genau, wir sind doch die vom Pferde-Podcast. Und wir sind zu der Veranstaltung ihres Reitvereins. Das haben wir hier im Podcast. Sie war schon hier im Podcast. Und sie kommt zur Tür rein und sagt, hallo, ich bin Annalena. Wir haben alle herzlich gelacht. Ja, wir haben alle sehr gelacht. Wir schwimmen schon wieder ganz weit raus. Was ich aber eigentlich sagen wollte, unsere künstliche Intelligenz, die Musik, die wir ganz räudig aus dem Internet, wie sagt man neudeutsch, geschürft haben, gemopst haben, Das ist ja schon interessant, wenn man mit den Leuten, die auf so einer Party sitzen, wenn man sich so ein bisschen unterhält. Die haben das nämlich gesagt, am Anfang haben wir das alle gehasst. Dieses Gejaule. Und mittlerweile hat es so einen Ohrwurmfaktor, dass wir es schon, also wir sind geneigt dazu, es ein bisschen gut zu finden. Also es macht so ein bisschen süchtig. Und dann wollen wir jetzt den Massen mal geben, was sie wollen, oder? Was sie süchtig macht. Ich muss ein bisschen mitsingen. Folge 298 steht vor der Tür. Wir haben kein Turnierwochenende, wir haben kein Lehrgangswochenende, aber wir haben irgendwie, also gefühlt haben wir so ein bisschen so Sammelsurium-Themen, so Kleinigkeiten. Und die weißen Beine deiner Pferde zählen so ein bisschen dazu. Wir wollen mal gucken, ob wir in der Sendung über ein Wundermittel sprechen, was ein Problem behebt, bei dem Benni. Also es gibt nämlich ein Problem. Und bei dem A.C. Bei dem A.C. auch. A.C. hat auch vier weiße Beine. Also ganz hell, 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 hellbeige Beine. Ja gut, aber jetzt sind ja weiße Beine an sich sind ja nicht das Problem. Jetzt lass uns endlich mal sagen, was ist denn eigentlich jetzt das Problem? Es gibt ja den Begriff der Käsemauke. Da sagst du auch, dass ich welche hätte, aber da steckt ja auch das Wort drin, Mauke. Ja, obwohl, also ich so, wir Reiter sagen zu allem, glaube ich, was irgendwie sich in der Fesselbeuge abspielt, Mauke. Ach so. Diese Fesselbeugen bei den Pferden sind extrem empfindlich, weil das so eine ganz zarte Haut ist. Und gerade wenn die Pferde weiße Beine haben, ist die Haut dreimal so empfindlich, wie wenn ein Pferd ein schwarzes Bein hat. Ach so. Und jetzt so Herbst, viel Regen, die Feuchtigkeit und Nebel und so, das lässt oft so diese Fesselbeugen so ein bisschen wund werden. Und wir nennen das alle Mauke unter diesem Oberbegriff. Ich glaube, das ist aber nicht immer Mauke, sondern das sind einfach empfindliche Fesselbeugen. Dann werden die ein bisschen wund, da bildet sich so ein bisschen Schorf. Und das ist unangenehm für die Pferde. Das tut auch, glaube ich, ein bisschen weh. Und manchmal gibt es auch einen Einschuss und so. Jedenfalls hat der Benni ja im letzten Winter, als wir ihn geholt haben, hat er ja auch schon so ein bisschen damit zu tun. Aber jetzt will ich schon direkt am Anfang, wenn das anfängt, will ich schon direkt gegensteuern. Und ich mache natürlich auch was von innen. Oft ist das auch eine Sache des Stoffwechsels, wenn sowas ausbricht. Und wir machen jetzt mit allen drei Pferden eine Entgiftungskur. Ach komm. Genau. Ach komm. Und dadurch ist zum Beispiel auch diese Eiterlippe entstanden bei dem Benni. Wenn man so Entgiftungen macht mit den Pferden, dann kann das passieren. Das hat mir die Andrea gesagt, die Futtertante aus unserem Futterlädchen, dass das erst mal explodiert. Und so war es zum Beispiel bei dem Benni. Aber die machen jetzt alle drei eine sechswöchige Entgiftungskur, um genau das in den Griff zu kriegen. Diese Mauke und solche Eiterpickel. Der Kleksi hat zum Beispiel jetzt einen am Bauch. Also da kommt das alles raus aus dem Körper. Sollten wir auch mal machen. Mal gucken, wie du dann aussiehst nach einer Woche. Mal Eiterbollen im Gesicht. Ob der ganze Schorf dann abfällt. Genau. Ob der ganze Schorf dann abfällt, den ich am Körper habe. Jedenfalls hat mir eine gute Freundin ein hoffentlich Wundermittel gegeben. Und zwar, man nehme Schwefelblütenpulver und Olivenöl und misch das 2 zu 1. Also Olivenöl 2, Schwefelblütenpulver. Ich finde, das ist ein vollends schweres Wort. Schwefelblütenpulver. Absolut. 2 zu 1, genau. Zwei Olivenöl. Also wenn man 200 Milliliter Olivenöl hat, dann macht man 100 Gramm Schwefelblütenpulver. Blütenpulver mixt das alles zusammen in einem McDonalds-Trink-Kaffeebecher und trägt es mit möglichst Gummihandschuhen. Geht auch mit Burger-Klingbechern. Genau. Richtig schön einmassieren in die Fessel beugen. Auch die Beine, die noch nicht betroffen sind, so zur Vorbeugung. Weil dann liest man mal, was so Schwefelblütenpulver alles kann. Das muss man, googelt das mal, was das alles kann. Wahnsinn. Ist auch zum Taubenfüttern geeignet. Ich wollte gerade sagen, also die Verpackung war schon abgefahren, weil da stand tatsächlich drauf für Tauben und Pferde. Und ich habe so gedacht, so what? Ich war relativ genau überrascht. Und jetzt hast du es ja doch erzählt. Du wolltest ja erst gucken, ob es wirkt. Ja, aber man kann es ja trotzdem, ich habe es jetzt erst den zweiten Tag in der Ausprobierphase. Also du weißt noch nicht, ob es wirkt. Ich weiß noch nicht, ob es wirklich wirkt. Aber meine Freundin sagt, es wäre ein Wundermittel. Also wir werden darüber berichten, ob das dann ein bisschen besser wird. Und wir lernen weiße Füße, Overknees, Stiefeletten, egal. Aber das mit dem Weiß besonders empfindlich. Klexi hat ja nur vier weiße Söckchen an. Aber auch die Fesselbeuge ist weiß. Jenny, was gibt es noch? Es gibt noch Hörerszuschriften. Da müssen wir jetzt aber in der kleinen Folge nicht drüber reden. Können wir gerne in der großen Folge machen. Es gibt Hörers, die sich Gedanken darüber gemacht haben, dass du sagst, der Klexi ist vielleicht gar nicht so ein Dressur-Fan. Und da gibt es dann Vorschläge, was du mit dem machen könntest. Distanzritte. Da freust du dich ja immer, wenn so Tipps kommen. Hast du so spontan erst mal gesagt so, nee, wir freuen uns ernsthaft. Also Distanzritte ist ja prinzipiell eine gute Idee. Aber ich hatte auch mal eine Stallkollegin, die das auch gemacht hat. Also das Training für Distanzritte ist extrem zeitaufwendig. Das kann man nicht einfach mal so machen. Also man kann so ein Fäd nicht einfach mal 80 Kilometer auf eine Distanz schicken, ohne das vorher ein halbes Jahr dahin trainiert zu haben. Und das ist wirklich extrem zeitaufwendig. Und auch so mit Pulsmesser und so hat die hat das damals total professionell auch gemacht. und es waren zwei Distanzreiter in dem alten Stall und eine ist sogar wirklich auch auf so deutsche Meisterschaften und so gegangen. Also die war oft vier Stunden mit ihrem Pferd unterwegs. Also man muss sowas, das ist wie wenn man Marathon läuft. Das muss man auch vorher trainieren. Das kann man nicht einfach so machen und ist mit Sicherheit eine tolle Sportart, aber da fehlt mir wirklich mit insgesamt vier Pferden einfach die Zeit, um das zu trainieren. Es geht halt nicht so locker vom Hocker und als du das so spontan gelesen hattest, dann war es so ein bisschen, da ging so dein Puls ein wenig nach oben, weil du offensichtlich ein bisschen... Ich kenne mich doch nicht immer so da, als würde ich direkt hier so... Mach ich gar nicht. Nein, wir freuen uns immer total über solche Hinweise und das ist total... Und wir wiegen das erst im Herzen und dann überprüfen wir, was das bedeutet auch und dann... Wir wiegen das im Herzen. Ja, genau. Und da wusstest du aber schon, was das bedeutet und du hattest so ein bisschen, wie soll ich sagen... Coole Sache. Ich glaube, der Klecksi wäre tatsächlich dafür geeignet, weil der ja, wenn er jetzt nicht gerade so speckig ist, er nimmt ja gerade ab, ist er ja ein sehr drahtiges Pferd. Und auch, also der trappt ja auch, wenn man ihn lässt, trappt er ja auch zwei Stunden vor sich hin. Das macht er auch ohne nasses Haar zu haben. Ach komm. Du hast zu viele Pferde. Das ist dann wahrscheinlich... Du hast zu viele Pferde, um das zu machen. Das will ich damit sagen. Weil es so zeitaufwendig ist. Das ist wahrscheinlich die traurige Wahrheit. Aber der Hinweis oder die Überlegung auch, mit einem Pferd vielleicht was ganz anderes zu machen, wenn man merkt, okay, zum Beispiel Dressur ist so seine Sache jetzt nicht zu 100%. Also der Gedanke ist ja gar nicht doof. Und man hat schon überlegt, ihn vielleicht einfach als Westernpferd zu trainieren. Ihn einfach umzustellen auf Western und in Western zu reiten. Ich glaube, das fände er toll. Das ist alles so langsam. Da gehe ich nur mit Pleasure. Du kannst dich erinnern, die Pleasure auf der Europameisterschaft, die sind vor Langsamkeit fast vom Pferd gefallen. Und du meinst, das wäre für Klecks so... Das wäre für Klecks, glaube ich, voll toll. Sich so im Schneckentempo bewegen. Wir denken nochmal drüber nach. Jenny, worüber wir, was wir in der Folge auch haben werden. Und es ist ja wirklich, also es wird mal wieder Zeit. Sie hat ja im Rund um die Europameisterschaft eine größere Rolle gespielt. Da war sie dann auch wieder bei uns im Podcast zu Gast. Aber wir haben ja auch die kleinen Mental-Häppchen von unserer Konstanze Wiesner. Winning Feeling. Und Konstanze hat wieder zugeschlagen. Ich habe gerade mal gelupscht. Ich habe es nur noch nicht angehört. Der kleine Mental-Hack des Monats zum Mitnehmen hat in der Folge, die wir am nächsten Montag bringen, hat den Titel Wintermotivation. Und ich glaube... Sehr gut. Das wird gut, genau. Ich habe noch nicht reingehört, ehrlich gesagt. Ich bin sehr neugierig. Ich werde das dann jetzt, keine Ahnung, die Tage mal beim Joggen tun. Und ich glaube, das wird eine sehr gute Sache. Und wir haben ja donnerstags häufig auch einen Podcast-Tipp noch für euch. Heu, Hafer und Co. Die aktuelle Folge ist draußen. Und es geht um einen Teil des Titels sozusagen. Nämlich um Hafer. Mythen, alles, was man so wissen sollte. Vorurteile. Stimmt dies, stimmt das? Jenny, der Hafer sticht. Stimmt das? Nein. Richtig? Hey, du bist ja gut informiert. Na klar. Es gibt einen Tipp in der Folge, wie man überprüfen kann, ob der Hafer noch gut ist. Und das ist sehr lustig. Da geht es. Man muss eine Flüssigkeit tun. Ich kriege es jetzt nicht mehr ganz zusammen. Und es darf nicht pink werden und so. Also das ist auch sehr spannend. Und die liebe Isabel hat noch einen sehr handfesten Tipp, worauf man achten sollte, was von Herstellern dann und wann mit Hafer gemacht wird. Und wo sie sagt, das ist gar nicht so gut. Nämlich ganz im Gegenteil. Das ist für die Pferde alles andere als gut. Und vielleicht kennst du, also vielleicht kann ich dich ja damit überraschen, Jenny. Wir hören mal kurz rein. Auf was man dann noch achten sollte, dass der Hafer nicht karamellisiert ist. Weil tatsächlich karamellisieren viele Hersteller ihren Hafer, weil die Pferde dann noch lieber mögen. Er glänzt dann schön und scheint auf den ersten Blick sauberer und bessere Qualität zu sein. Ist aber natürlich kompletter Blödsinn, weil wir damit unnötigen Zucker ins Pferd geben. Das sollte man vermeiden. Jenny, Hafer oder generell Pferdefutter karamellisieren? Ja, na klar. Also das Auge isst ja auch mit. Ich kaufe meinen Hafer immer bei der ZG. Die wissen doch nicht mehr, was karamellisieren ist. Die wüssten gar nicht, wie das geht. Das sind hier die Bauern aus der Ortenau. Oder ist es falsch? ZG Reifeisen. Du weißt schon, das ist die Genossenschaft. Von den Bauern, oder nicht? Ja. Ja schon. Also was ist denn jetzt daran falsch? Die Bauern aus der Region schmeißen. Passt recht. Ja. Und das ist natürlich jetzt eine böse Unterstellung zu sagen, die wissen gar nicht, wie man das karamellisiert. Doch, wissen die bestimmt. Aber die haben halt einfach Hafer. Und die machen es halt nicht. Also das ist Hafer pur. Du wusstest aber tatsächlich, dass das gemacht wird mit dem. Also ich wusste nämlich ehrlich gesagt nicht, dass das quasi, dass es also auch bei den Pferden Mandeln und gebrannte Mandeln karamellisiert gibt. Es gibt zum Beispiel einen Hersteller, der verkauft Goldhafer. Der sieht auch aus wie Gold. Ach komm. Und das ist natürlich Mumpitz und wahrscheinlich ist es doppelt karamellisiert und noch angemalt mit Zucker. Okay. Genau. Oder vielleicht auch mit Goldstaub bestäubt. Interessante Folge jedenfalls. Heu, Hafer und Co. Überall, wo es Podcasts gibt. Es geht um Hafer. Es geht um Vorurteile gegenüber Hafer. Und kleiner Spoiler. Isabel ist durchaus Hafer-Fan und sagt, ja, kann man Pferden ruhig geben, sollte man ihnen geben, steckt viel Energie drin. Und so mit den Vorurteilen, da kann sie gar nicht so furchtbar viel anfangen. Also Leute, die sich über die Ernährung ihrer Pferde Gedanken machen und das machen ja wahrscheinlich alle, können da gerne mal reinhören. Gibst du den Pferden? Och, das Handy. Gibst du deinen Pferden eigentlich Hafer? Ja, der Benni und der Acey kriegen Hafer. Der Kleksi nicht. Der Kleksi wird getreidefrei gefüttert. Ach komm. Weil immer noch, der ja einen sehr hohen Muskeltonus hat und immer noch so dieser kleine Verdacht da ist, dass der vielleicht PSSM hat. Und deswegen habe ich einfach die Fütterung ohne Getreide und das funktioniert bei ihm total gut. Der kriegt halt getreidefreies Müsli und für die Energie kriegt der Luzerne-Kops. Okay. Hast du das in Absprache mit irgendwie Tierärztin? In Absprache mit dir? Weil du auch viel Expertin, oder was? Genau. Ja. Okay. Ja, ich habe Dr. Gogel gefragt und habe mal immer mal so am Anfang, du kannst dich erinnern, am Anfang, wo ich so gedacht habe, der will sich ja gar nicht bewegen und was ist denn mit dem? Und der ist irgendwie, und das habe ich ja mittlerweile gar nicht mehr. Also der geht nicht viel aufs Gras und der kriegt kein Getreide und das tut ihm total gut. Okay. Na gut, aber es wäre ja schlimm, wenn du keine Ahnung hättest, du hast einen Pferdepodcast, weißt du? Stimmt, ich muss keine Ahnung haben. Du musst Ahnung haben. Also geht ja gar nicht anders. Geht gar nicht anders. Wir werden das in Folge 298 erneut unter Beweis stellen. Ich finde es ja sehr lustig übrigens, keine Ahnung, Folgentitel, was wir jetzt für die kleine Folge uns hier aussuchen. Schwefelblütenpulver. Genau, Schwefelblütenzauber oder irgendwie sowas. Das finde ich auch sehr gut. Bei der schönsten Party des Jahres, die meisten kennen ja den Pferdepodcast und hören da auch mal rein, aber manche fragen dann so und hey, zeig doch mal und wo findet man den? Und das finde ich dann ja schon sehr lustig, wenn dann Leute, die also unseren Podcast nicht so kennen, dann so bei Spotify so drüber scrollen und dann, wo man so richtig sieht, wie sich die Stirn in Falten legt, bei den Folgentiteln, die wir haben. Das stimmt. Also jetzt die eine, Stinkwanzen und Eiterbeulen. Worum geht es da jetzt genau? Um Stinkwanzen und Eiterbeulen. Genau, Stinkwanzen und Eiterbeulen. Immer ist immer das drin, was draufsteht. Jenny. Die schönste Party des Jahres. Genau, die war auch in der vergangenen Woche. Jedes Jahr so schön. Total. Mit lauter, lauter lieben, netten Menschen und ach, ich bin ganz traurig, dass es jetzt wieder ein ganzes Jahr dauert. Wir könnten zwischendurch mal so eine Halbzeitparty machen oder so. Also damals war ja auch die Jimmy-Party. Stimmt. Was müsste man nochmal machen? Oder so eine Viertelzeitparty? Dann haben wir unseren Jahresurlaub jetzt auch verbracht. Er hat zwischen ein Abendessen und ein Frühstück der Pferde gepasst. Genau. Luxushotel im Schwarzwald. Jetzt sind wir heute wiedergekommen. Genau. Gestern Abend hingefahren, heute Abend wiedergekommen. Nee, heute Morgen. Heute Morgen wiedergekommen. Genau. Und festgestellt, reicht auch wieder für ein Jahr. Zu Hause ist doch am schönsten. Nein, wir haben so eine Kuschelnacht verbracht in einem Schwarzwälder Wellnesshotel. So. Gekuschelt haben wir auch. Ging so. Alles. Wir haben ins Sommerhaus geguckt. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Reinhören in die Folge am Montag. Mit Konstanze Wiesler. Mit Mental-Hack. Mit Dingsbums, Schwefelblüten, Taubenextrakt, Pulver. Hex, Hex. Aber du weißt schon, wo wir nächstes Jahr in den Urlaub hinfahren. Wir planen gerade unseren Urlaub mit den Pferden in Holland oder an der Nordsee. Und was mache ich da den ganzen Tag? Der Daniel ist doch auch dabei. Der Gedönsminister. Kannst du mit dem Gedönsminister Gedöns machen. Tschüss. Tschüss.